namaste leute herzlich willkommen zu einem neuen video wir gucken uns zusammen smile deke deko an mit aliabad rambier kapur und tk ist mit dabei ich freue mich hier zu sein zu sehen ist aliabad und rambier kapur zwei sehr gute schauspieler und das lied hat auch schon fast 100 million klicks auch von dem film nichts gehört auch neu also ich bin so überrascht dass so viele bollywood so viele klicks bekommen und dann erfahre ich das erst nach paar wochen das hat das blöde wenn nichts in den deutschen trends genau das ist leider so dass wir in deutschland sehr sehr wenig mitbekommen ja leider aber ich sag mal so wir starten jetzt mit smile deke deko ja ach ach das schaut irgendwie fancy aus so mit dem gemalten hintergrund und so weiter oh lace und die süße aliabad das ist so perfekt abgeschnitten ja das werbung ich weiß nicht kann auch sein dass es so chips werbung ist ja kann sein und dann was ich immer wieder hoch babyverbindungen das ist ein richtiger fun song ja das muss man im club machen dieses dicko 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 oh die haben verschiedene kulisse paris im hintergrund so ok das ist werbung ja und links steht auch potato chips ach so da haben sie verschiedene geschmeckern ach wie geil das sind verschiedene münder ja süß also wenn die chips bist du in einem anderen land ok die message ist angekommen ich sag schon das ist von ihm aber er hat ja einen kürzeren bart aber sieht echt süß in dem kleid aus in dem gelben sehr schön bunt gehalten smile so eine werbung ist geil so eine werbung für so eine werbung für so eine werbung für so eine werbung will ich produkte kaufen diese chips werde ich mir kaufen ja war echt schönes lied gesungen auch von suny di chawahan echt auch eine sehr bekannte playbacks sängerin in bollywood auch in den 2000er jahre hat sie sehr viele lieder gesungen bekannte wieder aber auch sehr viel von ihr gehört und jetzt wieder ihre stimme zu hören nach so langer zeit wieder toll ja das video war schön bunt es reicht schon bunt schön fancy auch verschiedene kulissen recht gut genau hat super gepasst schreibt gerne in kommentaren ob es euch auch gefallen hat ja und falls euch die reaktion gefallen hat lasst ein like da abonniert und schaut bei tk vorbei genau sagen wir auch mal tschüss und bis zum nächsten mal ich bin Bis zum nächsten Mal.